Hi Leute, ich bin Melanie und arbeite seit 2014 im Marketing bei Hustlicht & Ton. Hiermit trete ich in die Fußstapfen meiner Kollegin Diana und ich freue mich auf meine beiden technisch versierten und coolen Jungs, Juh und Fisch. In meiner Freizeit lese ich gerne und zum Entspannen stehe ich am liebsten auf dem Board, egal ob Surfboard, Snowboard oder Skateboard. Meine Aufgaben im Marketing bestehen hauptsächlich aus kreativen Prozessen vom Brainstorming bis hin zu anschließender Umsetzung. Ein Slider oder ein Mood-Bild wären die eine Aufgabe. Eine andere, die Neugestaltung eines unserer HUS-Logos. Oder interessant sind auch ganze Gestaltungsprojekte, wie die Ausarbeitung unserer Workshops in der HUS-Arena, die HUS-Expo oder Werbekampagnen für bestimmte Produkte. Meine Kollegen würden mich als Frohnatur bezeichnen mit einem lachenden Gesicht und außerdem stehe ich meinen Kolleginnen und Kollegen immer gerne mit Rat und Tat zur Seite. Am besten an HUS gefällt mir die ruhige, freundliche, vielseitige Arbeitsatmosphäre und dass Zeit für Kreativität nicht nur gesagt, sondern auch gelebt wird. Besonders hervorheben möchte ich die Flexibilität des Unternehmens. Der Firma HUS gelingt es trotz starker Wurzeln, sich auf neue Wege zu begeben, um mit euch, die Branche, zu rocken. Am besten an der Veranstaltungsbranche gefällt mir definitiv, dass wir Menschen zusammenbringen. Auf kleinen Geburtstagsfeiern, auf Riesenfestivals oder auf Firmenfeiern. Denn dadurch entsteht ein soziales Miteinander und das ist es doch, was uns Menschen ausmacht. In diesem Sinne, wir sehen uns jetzt öfter. Bis bald!